. Mach's nicht wieder, Dion. Wenn auch du dir Rückenschmerzen, dreckige Hände um ein Chaos ersparen möchtest, sind wir die richtige Anlaufstelle für dein BMW oder Mini im Thema Radwechsel. Wir schauen, dass sämtliche Sicherheitspunkte erfüllt sind, dass du sicher durch die Saison kommst. Und sind wir ehrlich, wer will schon Redli in dem Keller zuhause haben. Darum lasse ich doch bei uns. Wir prüfen Sie in der Zwischensaison auf Alter, Schäden und Restprofil und sorgen dafür, dass auch in der kommenden Saison sicher unterwegs bist. Kommt vorbei, wir können's.